Hallihallo, mein Name ist Armin Adam, ich bin Teamangler bei der Firma Jensi Fisching, genauer gesagt beim Seluro Spezialprogramm. Ich möchte euch heute den neuen aktuellen 2020er Katalog vorstellen, der Spickefett ist mit über 7000 Artikeln, mit über 400 Neuheiten aus allen Programmen, die wir im Hause Jensi gebündelt haben. Ob das jetzt das Seluro Spezial ist, das Ground Contact Programm, das Dega Meeresprogramm für alle Brandungsangler, Norwegenfahrer oder Islandangler, das Corrigato Programm für alle Raubfischangler oder das Inspire Programm für alle Forellenangler. Wir haben im aktuellen Katalog wieder einige Neuheiten, die made in Germany sind, die in Deutschland produziert werden und von Hand gefertigt. Wir haben ein Vollsortiment, da findet ihr vom kleinen Wirbel bis zum großen Wallerhaken eigentlich alles. Der Katalog ist natürlich online verfügbar, für alle, die am PC das gerne mal durchschauen wollen. Auf unserer Website jensi.com könnt ihr den Katalog in der Kategorie Katalog euch anschauen. Da könnt ihr online drin blättern und euch das Ganze mal durchgucken. Oder aber ihr ladet euch die PDF dazu runter. Das habe ich auch schon mal gemacht. Da könnt ihr dann auch drin blättern. So long, ich wünsche euch viel Spaß dabei und natürlich ein dickes Petri Heil jetzt im Herbst. Die letzten Tage, wo es jetzt langsam kalt wird, wo die Raubfische nochmal richtig durchdrehen. Also geht ins Wasser, fangt was und eine geile Zeit. Das war's für heute.